ich habe dich erwartet zu dieser nächsten folge von the forest am samstag es ist die folge 6 mittlerweile glaube ich schon wir haben in der letzten folge das katana gefunden und sind jetzt hier in dem kleinen spalt ihr kennt das dreckige ende vom letzten mal aber ich meine da sind jetzt nur ein zwei tage dazwischen gewesen wir nehmen direkt nacheinander auf und ich würde sagen let's go weiter geht es auch sagen du schneidest noch kurz vor der aufnahme den schrei ein ja stimmt ich muss ganz kurz hier hört mal das hat mich gerade so erschreckt im flug und ich weiß nicht woher das kam kurz geredet so zwischendurch und auf einmal jetzt jetzt nicht weiterlaufen das ding ist das war so ist fucking laut ich hoffe dass es war hinter uns und ich kann ich hoffe dass es kein boss hat sich angehört wie ja so ein ganz fetter oh mein gott hier geht an ich habe das wasser zum ja okay blut weg das ist eine facke ich habe gleich nicht dran gedacht dass das spiel so real ist geil aber warte 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 sneaks sneaks ok alter ist ist da was ja molluk ne aber ein aufgehängter mensch und kisten das licht am ende des tunnels da geht's raus es ist ein anderer eingang neuer eintrag auf der to-do-liste warte ja jetzt machte ich sehe nix warte finde ein weg in den kessel ich will aber trotzdem nicht lang laufen lassen wir die kisten hier kill ja laufen wir einfach zu unserem haus zurück ist eh noch ein ja aber hier ist jetzt nichts mehr wir haben ja skatana ich pack fest ich pack hier ich komm nicht mehr hoch jetzt können wir ja dann wir wissen ja das hinter uns ich weiß was wir machen hey hör doch auf das ist das leuchtfeuer ne noch eins in der party ich hab immer noch die jungen das hat schon wieder eingefallen zu durch bluten jetzt okay jetzt muss hinter mir jetzt ist das zeitpunkt das ist jedes mal vielleicht Spaß so ist mit absicht alles egal wir laufen gleich falsche richtung ja ich wollte erst mal weg wir gehen nicht mehr passen langsam was ist ein piano ruhig blut ich sehe dich nicht nach da ich esse beeren das war nur ne blume ich weiß ihr habt die eingesammelt mir ist es wichtig dass wir jetzt nochmal abspeichern jetzt speicher gleich hier ab ja mach ich Leute aus dem haus speichern äh ne haus oder ein vogel ein haus ist im haus ja cool wir können schlafen ne dann wird's nacht ja coole Idee man vorhin coole Idee richtig also der lux die laufen durchs wasser die laufen übers wasser hast du es noch gesehen ja ich hab's auf aufnahme irgendwie fühle ich mich nicht mehr sicher im wasser nicht mehr sicher gut da ist einer was wo der alte wie er runterspringt oder alles klar weg 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 vielleicht würden wir dann geh ins wasser probier es einfach warum vor allem wie der runter gesprungen ist ha 360 in deinem Mull alter da ist ne Echse nimm die mit ah ja die faulen eh dann ab also hier ist ein village hier 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 höheneingang ja also das ist gut wir haben ihn gefunden wir wollten nämlich einen neuen finden ich hab grad ne notiz wieder bekommen ja ich auch bestütz mich mal ok ich guck nach Junge wie es immer leckt wenn man in die Höhle geht er könnte Wasserfallhöhle er könnte feuchte Höhle er könnte Tötehöhle ach das ist das ok was ist das entweder ist das wollen wir vor warte soll ich Ding machen wieder ja meine gute alte Fackel was ist das jetzt Tötehöhle Tötehöhle ne ich hab keine Ahnung eins von den drei Totenhöhle ja cool aber wir haben ja nein was ist das Spaß das Leben das Leben wie viele Leichen sind Jörg 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 du hast mich so erschrocken du denkst ich bin nicht erschrocken dachte ich so ein Spinnvieh oder so ah hier ist übelst viel ja das muss irgendwo was das schaut aus wie diese wie dieses riesen Wasserloch wo wir tauchen müssen okay Leute hier müssen wir tauchen drüben müssen wir klettern in dieser Hölle kommen wir nicht weiter ich weiß es gibt auch ein Taucheranzug ja ich weiß es gibt ein Tauchgerät Taucheranzug Tauchgerät eigentlich nur und ne ne Kletteraxt und die beiden Sachen müssen wir vorher finden wenn ihr ne Ahnung habt wo die sind könnt ihr gerne Tipps in die Kommentare schreiben wo wir uns da so ein bisschen zurecht ein bisschen zurecht finden können das heißt das war auf jeden Fall cool ja die Höhle ist momentan nutzlos also wenn wir das Taucherät haben ist die glaube ich sehr sinnvoll weil dahinter muss irgendwas sein aber ist schon wieder Nacht ne so ist es halt nutzlos das sind zwei Stück ja komm zwei drei okay ich renn weg komm lass hochrennen ich kann nicht renn lass vorbeilaufen einfach vorbeilaufen das geht nicht ja das geht nicht sag ich doch 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 komm die greifen nicht an oh mein Gott ich komm nicht hoch ich komm doch ich komm hoch space 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 einfach laufen normal laufen ich kann nicht rennen mehr als ob das funktioniert hat ja ich hab doch gesagt ich bin Überlebenskünstler absolut aber es wird nachts gerade es wird gefährlich ja ich kann noch kurz rennen aber nicht mehr lang da ist gleich unser Haus ja hier ist unser oh fuck Alter wenn ihr jetzt hochkommen ne ja ist doch egal ja ist doch egal gleich pennen jetzt ne dann lass da rein oder ja klar ich lass ja dich bloß mal vor ne weißt du ja ich glaub das geht von in die schlucht ne hier sind überall grafikpacks ich weiß ja nicht wie es bei dir ausschaut hier sind überall grafikpacks in der ne bei mir nicht ah äh was ich sehe nichts ich sehe hier was sie was siehst du hier ja jetzt gar nicht äh wir haben keine Stücke gehst du oder ich bin tot was machst du ich hab gar nichts gemacht kannst du mir aufhelfen ja habe ich weiß was ich jetzt ist kein grafik weißt du was passiert ist sie ist jetzt noch mal wieder gedrückt auf einmal werde ich komplett hoch teleportiert und fall runter ich habe nur gesehen dass du fällst ja wir brauchen noch drei stöcke cool ich kann nicht ich kann nicht weil du da bist mach schnell okay ich gehe ich gehe ich gehe schrift und runter alter er hat mich noch geschlagen er springt nein okay doch nicht er kann nicht und er läuft gerade auf dem loch die sind gerade auf dem loch ok cool okay wir speichern kann sie machen abgespeichert ich mache die abmord ich würde sagen meine freunde da unten alte wo hast du die hingeworfen nicht springen okay jetzt so zwei mal runter da und da ist ziemlich sicher die kletter axt und die brauchen wir natürlich die moderne axt also die besser verbesserte normale axt zum kämpfen die brauchen wir auch und taucheranzug also nicht tauchgeräten 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 tauchgerät das brauchen wir auch bitte für tipps in die kommentare wo wir die sachen finden können wenn ihr bescheid wisst dann auf jeden fall wie gesagt tipps in die kommentare schreiben wir haben hier abgespeichert wir fangen nächste folge dann wieder hier an allerdings ist unsere kleine aufnahmesession auch schon beendet und ja wir nehmen auch erst wir nächste woche auf gut ich würde sagen das war's und lassen wertung da wenn sie gefallen hat bis dahin haut rein und ciao ciao tschau tschau